Grüezi, Vater, hol den Tee! Hey, merci vielmal, Biff, Baff, Boulet! Dürfte ich eigentlich deine Tochter bekommen? Ja, eh, wenn's die Mutter Milchkuh, der Bruder Oberholz, die Schwester Kappenkäse und die schöne Karin noch die Käfinge, dann kannst du sie haben. Wo ist denn die Muttermilchkuh? Sie ist im Stall, wo die Kühe melken. Grüezi, Muttermilchkuh! Hey, merci, Biff, Baff, Boulet! Dürfte ich eigentlich deine Tochter bekommen? Ja, eh, wenn's den Vater holdet hat, den Bruder Oberholz, die Schwester Kappenkäse und die schöne Karin will, dann kannst du sie haben. Wo ist denn der Bruder Oberholz? Er ist in der Kammer und hackt Holz. Grüezi, Bruder Oberholz! Merci vielmal, Biff, Baff, Boulet! Dürfte ich eigentlich deine Schwester bekommen? Ja, eh, wenn's den Vater holdet hat, die Mutter Milchkuh, die Schwester Kappenkäse und die schöne Karin will, dann kannst du sie haben. Wo ist denn die Schwester Kappenkäse? Sie ist im Garten und schneidet Kraut! Grüezi, Schwester Kappenkäse! Hey, merci vielmal, Biff, Baff, Boulet! Dürfte ich eigentlich deine Schwester bekommen? Ja, eh, wenn's den Vater holdet hat, die Mutter Milchkuh, den Bruder Oberholz und die schöne Karin will, dann kannst du sie haben. Wo ist denn die schöne Karin? Sie ist im Keller und zählt das Münz! Grüezi, schöne Karin! Hey, merci, Biff, Baff, Boulet! Willst du echt mein Schatz sein? Ja, eh, wenn's den Vater holdet hat, die Mutter Milchkuh, den Bruder Oberholz und die Schwester Kappenkäse will, dann kannst du mich haben. Schöne Karin, wie viel hast du auf dem Konto? 14 Rappenpaars Geld, 3,5 Franken Schulden und ein halbes Kilo Hutzle und eine Handvoll Brutzle und eine Handvoll Wurzle. Dann er so, Ist das nicht ein guter Kontostand? Biff, Baff, Boulet! Was hast du denn für eine Lehre gemacht? Bist du Elektromanteur? Noch viel besser! Ein Wirtschaftsinformatiker? Noch viel besser! Ein Bauer? Noch viel besser! Ein Künstler? Noch viel besser! Ein Japanologe? Noch viel, 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 viel besser! Lebensmitteltechnologe? Noch viel besser! Noch viel besser! Noch viel besser! Noch viel besser! Besser, besser! Noch viel, viel besser! Vielleicht ein Besserbinder? Ja, das bin ich. Ist das nicht ein schönes Handwerk? Ich bin... O Engelkrufe oft kul ga! Vielen Dank.